Okay, du hast jetzt restlos alles kontrolliert, was ich so im Internet gemacht hab, Mom. Ich bin jetzt sicher vor den Raubtieren. Ach wirklich, was ist das? Du bist heiß. Wer ist Derek G? Ich kann doch nichts machen, wenn irgendein Typ mein Foto süß findet. Ich schon. Entfreunden, ist das dein Ernst? Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr wegen seines Verhaltens machen. Naja, es würde sicher bleibende Schäden hinterlassen, Mom, wenn ich noch mehr Komplimente bekomme. Schatz, ich tu das doch nur, damit dir nichts geschieht. Wie du meinst. Ich hab dich lieb, Süße. Ich dich auch. Okay, zeig mir dein Handy.